Herzlich Willkommen zu Ladykracher. Heute haben wir für Sie dieses exklusive Angebot, die Teletussi. Die Teletussi ist nicht im Handel erhältlich, sondern nur bei Ladykracher. Mit der Teletussi werden Fernsehsendungen zum Kinderspiel, egal ob schwierige Begrüßungen. Ja, hallo. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute zugeschaltet haben. Oder geheuchelte Verabschiedungen. Also, wirklich ganz ehrlich, das ist immer das beste Publikum, das ich jemals hatte. Die Teletussi kann einfach alles. Setzen Sie sie doch mal als Talkshow-Gast ein. Also, ich finde, Schwule gehören alle weggesperrt. Oder als Talkshow-Gast mit Tourette-Syndrom. Also, ich finde, ich finde, Schwule, ach doch, gehören alle weggesperrt. Ficken! Haben Sie Lust auf investigativen Journalismus? Und gleich nach der Werbung sehen Sie hier, Nieten, Nutten, Nagetiere. Perverser Sex am Ballermann, bleiben Sie dran. Die Teletussi ist auch eine Investition in die Zukunft. Wie wäre es mit einer Zeitzeugin in der großen ZDF-Gala 20 Jahre Deutsche Einheit? Nun, natürlich, wie soll ich denn das Gefühl jetzt beschreiben? Das war natürlich schon unbeschreiblich für uns alle damals. Also, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur dran denken kann. Die Teletussi ist mit allen Sparten des deutschen Fernsehens vertraut. Und mit dem Wochenschow-Zusatzmodul parodiert sie sogar fast vergessene Teenie-Stars. Ja, äh, hi, Nieten! Ja, ja, hi, äh, Supi, also ich bin's wieder, eure, äh, 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 mh. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Rikki. Ja, eure Rikki, klar, ich bin's wieder. Schicken Sie die Teletussi doch mal zur versteckten Kamera. Nee, Tommy Honor, das gibt's doch nicht, Tommy Honor. Da hat er mich aber jetzt echt reingelegt. Oh, da ist die Kamera, oh, du Scheiße, ich bin so reingefallen. Mann, Tommy, geil. Oder lassen Sie die Teletussi beim Grand Prix Eurovision de la Chanson teilnehmen. Wenn Liebe lehnt, will ich niemals auch lehnt. Und ob Sie's glauben oder nicht, mit der Teletussi können Sie sogar Comedy-Shows beginnen. Ja, jetzt geht's wirklich los. Viel Spaß bei Ladykracher! Applaus Vom K Vielen Dank.